Let's... Aus... Essen... Okay... Schließen... Dann hätten wir die... Die sind Nahrungsmittelversorgung... Und jetzt habe ich schon wieder eine krass negative Bilanz, wo wir gegenwirken... indem wir die aufsteigen lassen... Oh, Scheiße, Scheiße, Scheiße... Ah, da hält man sich mal kurz auf und dann sieht man gleich... Scheiße, die Getränke gehen aus. Gut, wir haben doch hier noch so einen, ja... Zack... Eins, zwei, drei... Warnung! Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Ach, das wächst ja gar nicht. Bin ich doof? Und hier ist immer noch diese Verschmutzung. Gut, dann brauchen wir so ein Absaugding. Das braucht erstmal... Global Trust ist ein weltumspannender Konzern. Dann reisen. Gehört an zum Job. Gehört an zum Job. Komm mal ran hier. Hier, Absaugpumpe. Einmal bitte herstellen. Und dann dort und das... Zehn Minuten? Ja, krass. Fertens. Was? Achtung! Produktionsstillstand. Äh... Okay. Kein Wunder. So. Gut. Spirituose. Kommt nicht so ganz. Der Ansatz ist gut, aber leider... Ganz falsch. Genau so soll es das bauen. Schade, dass man dem nicht so schematisch geben kann, wie es bauen soll. Aber warte mal. Wenn ich den jetzt hier so einkastele... Dann kann der ja eigentlich nur noch so bauen. Genau. Auf. Das Modul ist immer noch nicht fertig. Kamera gerade rücken. Das kann doch dauern. Scheiße. Meine Bilanz sinkt und sinkt und sinkt. Und die entwickeln sich hoffen... Dann... Lass ich... ...nicht so schnell zurück. Dann kann ich hier auch die Steuern nach oben drehen. Okay. Uiuiuiuiuiui. So weit so gut. Ahahahahaha... Schneller... Mein Kopf kratzen. Einmal kurz am Kopf kratzen. Ey... Ich könnte ja auch... Obwohl... Ich bin gerade um überlegen, ob ich mir einen Kohlehobel machen sollte. Den auf dieser Insel aktivieren, damit hier Kohle ist. Und dann... Kohlebaggerbau. Aber die würden die Ökobilanz noch weiter nach unten ziehen. Die Bilanz allerdings auch. Laut meiner Analyse sind die Rahmenbedingungen in dieser Stadt weder gut noch schlecht. Schildbrechender Puls. Ist ein... EMP-Puls. Optische Fasern. Ah, unsichtbar. Ist das Hochgeschwindigkeitsprojektil. Und... Schildtransformator. Ah... Generatoren. Die brauchen wir noch. Wie oft? Fünfmal. Und Steuermodul. Was ist das Steuermodul? Das hier. Das können wir noch gar nicht, weil wir keinen Vorschau haben. Aber wir arbeiten dran. Ray... Getränke brauchen sie noch. Das heißt Zucker. Da wächst gar nichts. Äh... Zucker. Da wächst kein Zucker. Da brauchen wir gar nicht erst gucken. Hier ist auch kein Zucker. Da brauchen wir auch nicht gucken. Da ist noch eine Insel, aber da weiß ich nicht, was wächst. Äh... Da brauchen wir auch nicht gucken. Nirgendwo wächst der Zucker. Wieso sagt ihr denn, dass ich ne Akademie hab? Ich glaub mir schwarnt grad was. Mein Kopf durch. Entschuldigt. Aber ihr habt nicht zufällig meine Labormäuse gesehen. Ich glaub ich habe... Kann es sein, dass... Die Gebäude die da waren... Teilweise Forscher waren. Das glaub ich nämlich... Dass das so war. Uiuiuiuiuiuiuiuiui... Das wär ganz krass. Ganz koroshit. Mega koroshit. Hm... Ok. Modulentwicklung abgeschlossen. Das ist das hier. Hier ran. Ölfälse bekämpfen. Komm mal ran hier. Schneller, 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 schneller. Start. Machen wir alles sauber. So. Gut gemacht. Ökobilanz. Werte steigen. Hier ist noch alles verseucht. Von dem Öl. Na, bin ich mal gespannt. Werte steigen auf jeden Fall. Die Insel wird wieder schöner. Okay, das sieht doch soweit ganz gut aus. Der saugt hier immer noch das ganze Öl weg, was da rum lag. Ich weiß gar nicht, wie lange der braucht. Ich hab gedacht, in 10 Minuten ungefähr. Aber wir haben ja einen Speed. Weiß ich nicht, wie lange es braucht. Und jetzt hat er schon wieder so einen komischen Hänger. Was ist denn heute los? Ich weiß es nicht. Ah, die Insel wird wieder grün. So langsam. Und wir haben nur noch eine negative Bilanz von 80. Warnung. Produktion gestoppt. Ach so. Der braucht aber noch ganz schön lang. Schauen wir mal. Haben wir denn noch ein freies Schiff? Wir haben doch sicher irgendwo noch ein freies Schiff. Da haben wir den freies Schiff. Wir fahren mal da hoch. Den Leuten gehts gut. Hoffentlich. Wenn nicht, krieg das mit mir zu tun. Ah, hier. Hier kann es sein. Da wächst der Shit. Gut. Dann pflanzen wir es da mal hin. Also wir bereiten das Himpflanzen vor. Registriere Verbesserung der Ökobilanz. Das hört man gern. Das produzieren die auch mit 90%. Und nicht mehr mit 50% wie die ganze Zeit. Da ist das Schiff. Nicht, das ist das falsche Schiff. Ähm, wo ist mein Schiff? Ähm, so viele Schiffe. Da kommt's. Gut. Ähm, Werkzeug. Okay. Bauzellen. Beton. Komm mal ran hier. Mega. Tron. Gibt's nichts Besonderes. Weiteres. Hier. Das scheint soweit gut zu sein. Die brauchen noch ein Casino. Das geht so weit. Äh, scheiß Hänger. Was ist denn los heute? Ich hab keine Ahnung was. Wieso das dicker seit hängt. Wenn ich das Casino hier reinbaue. Mach ich das einfach mal. Das wird das schon reichen. Ich weiß es nicht. N. Nein. Da muss noch eine, leider eine Reihe Häuser weg. Ah, weg. V. V ist anders Modus. Gut. Casino N. Zack. Straß drum. Dann reiß ich die hier nochmal ab. Weil ich... Glaube, dass ich dann... Genau. Kann ich hier noch ein paar Häuser hinbauen. Sehr schön. Wir versuchen das Beste aus unserer Situation zu machen. Dann haben wir auch teilweise Aktivität. Und die können dann auch alle aufsteigen. Da oben. Die haben ja auch alle Aktivität. Guuuut. Dann kommen hier noch ein paar Häuser hin. So in der Art. Das beibringt sich jetzt ein bisschen mit der Lebensmittelproduktion. Aber wenigstens ein paar kommen da noch hin. So. Zack. 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 Und fertig. Fertig ist der Käse. Ich mag aber keinen Käse. Mir doch egal. Käse ist gar nicht so schlecht. Ui, wir haben eine positive Bilanz von 4... 83. Hooray. Und eine negative Bilanz von 54. Nicht hooray. Das ist immer noch nicht fertig. Ja krass. Das saugt jetzt schon in eine halbe Ewigkeit. Den ganzen Shit weg. Hier haben wir eine Ökobilanz. Brauchst gar nicht erst anfangen. Kupfer vorkommen. Was brauchen die denn eigentlich noch? Solange mein Labor das Nötigste hat, was ich brauche, kann ich zumindest in Ruhe arbeiten. Diese Funktionsdrinks. Dann haben wir eigentlich alles, was wir dafür brauchen, um die aufzusteigen zu lassen. Aber wenn man sich ein Kraftwerk holen will, dauert das ja dazu noch, ich glaube, eineinhalb Stunden oder so. Oder eine Stunde, bis das fertig entwickelt ist. Das ist auch eine halbe Ewigkeit. So, ich bring hier mal ein bisschen Werkzeug in, damit wir da ein bisschen weiter forschen können. Und ich glaube, die brauchen hier noch ein bisschen mehr Kohle. So, hier, eins, zwei, drei, die Ökobilanz ist eh schon am Arsch. Weil die arbeiten nicht. Es gefällt mir nicht. Gut, dann können wir die hier jetzt mal aufsteigen lassen. Wir versuchen das Beste aus unserer Situation zu machen. Gut. Gut. Ich sag immer, die Panzerseite gut irgendwie. Werkzeug. Eins, zwei, drei, vier, fünf, eins, zwei, drei, äh, falsch. Eih. 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 Der Arm wieder hängt. Vielen Dank.